Hallo meine Lieben, willkommen zu heute auf unserem Kanal. Ich bin Thayman. Ich bin Thayman. Heute probieren wir amerikanisches Gebäck und ja, würde ich sagen, los geht's. Das riecht schnell. Die Kühnerin steckt so gut. Warte ich dich. So. Es riecht voll gut. Es riecht nach Tee irgendwie. Ja. Ich würde sagen, wir probieren einfach das hier. Ach ne, nur eine auf oder gar nicht? Nur eine. Ich glaube, das werde ich alleine essen. Das sieht so lecker aus. Ich. Schmeckt das? Ja. Verregung? Die Verregung? Nein. Anders? Nein. Genau gleich. Genau wie Verregung. Mal. Wie von innen aussieht. Ja, alles überschrungen. So ne Creme ist innen drin. Mit Nuss. Ich meinte, wie die Verregung. Oder wie es heißt. Okay. Jetzt probieren wir. Mit Nuss. Mit Nuss. Mit Nuss. Mit Nuss. Ja. Oh, die sieht lecker aus. Ja. Ja. Mit Nuss. Ja. Oh. Ja. Okay. So, haben wir jetzt probiert. So, jetzt darfst du wieder entscheiden. Macchiato di Capro? Nein, Mantecado. So, der kann grau. Mit Backpulver so, oder was das ist? Sieht zum Ende aus. Ah, okay, ein Stück für dich. Ah, hier ist voll weh. Okay, lecker. Es schmeckt niss. So eine Kotze. Also, das ist draus. Schmeckt so ekelhaft. Oh, jetzt hab ich Angst, wenn ich noch mehr probiere. Das ist nur was zu tun. Ja, ein Stück krieger. Nein, dieser. Das ist nur noch da am Rutsch. Greenbonbon. Hä? Hä? Mit so... Sesam drauf. Das ist einfach nur Brot. Oh, die wird zu krass. Ich hab den in den Kommentaren drauf. Genau das gleiche wie vorhin. Oh, Bäh. Oha, nur mit Sesam drauf. Ich hab lieber nur noch kleinen Biss gemacht. Ich hab auch gesagt. Ist das noch schlimmer als vorhin? Ich hab keinen Biss gemacht. Ich auch. Ich mach jetzt nur noch kleine Bisse. Okay. Ich wähl jetzt... Das. Hm. Und so machen wir das für die Wippen auch. So machen wir das für die Wippen auch zu. Ja. Oh mein, ist wieder fein. Wieder Brot. Irgendwie. Hä? Das... Okay, das... Ähm... Wir müssen das probieren. Das ist so wie das hier. Oh. Nein, ne? Das ist irgendwie das andere. Wo ist das? Der... Der brauner. Ja. Genau. Gleich wie Nova. Banille. Irgendwie so. Okay. Okay. Du bist halt. Ähm... Ich hab Angst. Ich hab gar keinen Bock mehr. Ich hab auch keinen Bock mehr. Ich hab auch keinen Bock mehr. Ich hab ähm... Ich hab Angst, diese... Jetzt guck mal, ob wieder dieses Brot ist. Das einzige Leckere ist das. Ja. Das ist einfach so lecker. Schmeckt so wie Parierung. Oh mein. Wie ein... Wieder ein Brot. Wieder diesen gleichen Brot. Nein, ich kann nicht mehr. Hä? Wie können die das essen? Vielleicht schmeckt es euch. Hatten wir das schon? Ja. Ähm... Hatten wir das schon? Hatten wir noch nicht? Wie doch. Hä? Nein, hatten wir noch. Nein, wir hatten die. Mit Sesam drauf? Ich hab wirklich gar keinen Bock mehr. Ich hab wirklich gar keinen Bock mehr. Ich hab wirklich gar keinen Bock mehr. Ich brauche keinen Bock mehr. Ich brauche keinen Bock mehr. Aber... Deswegen hast du es... Mitten ist durchwarten. Ich brauche denke ich auch... Was hat mir noch nicht gehört? Das ist unser letztes. Sie haben gerade geschmeckt wie Kaffee irgendwie. Welche? Ich glaube das ist unser letztes oder Bella? Ja. Ja. Wir hatten schon alles. So lange ist das letzte. Ich hab wirklich gar keinen Bock mehr auf das. Hast du die zu eröffnet? du machst leider auf sieht aus wie ein berliner die hat ja mit nein es hat mir wieder angst gemacht okay das einzige was das ist das danke hier ist noch so was zeigen was vorstellen und das geht und so ein buch von dem hier ist noch so gut wenn ihr mir einen daumen hoch geht dann lege ich dir immer den vierten von cyber und fast noch das video okay ich hoffe euch gefällt das und wenn ja springt einen daumen hoch und ja so 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 so